Wenn man das Glück hat, ein Pferd in seinem Leben zu haben, dann weiß man, dass es so viel mehr ist als nur ein Tier. Ein Pferd ist ein treuer Freund, ein Seelengefährte und eine Quelle unendlicher Inspiration. Es gibt uns Liebe, Freundschaft und eine tiefe Leidenschaft für das Reiten. Die Verbindung zu einem Pferd ist etwas Magisches und Einzigartiges, das nur schwer in Worte zu fassen ist. Ein Pferd ist nicht nur ein Tier, sondern ein wunderbarer Begleiter, der uns Trost spendet, uns Freude schenkt und uns lehrt, im Einklang mit der Natur zu sein. Ob wir mit ihnen reiten, sie füttern oder einfach nur ihre Gegenwart genießen, Pferde haben die Fähigkeit, unser Herz auf eine ganz besondere Weise zu berühren. Ein Blick in die Augen eines Pferdes kann uns tief in unserer Seele berühren und uns eine Verbindung zur Natur und zur Freiheit vermitteln.